Hallo liebe Schülerinnen, liebe Schüler, wir lernen weiterhin die Wechselpräposition bei Lokalangaben. Ja, jetzt behandeln wir bei Plätzen das Frageadverb Wohin. Also wir fragen Wohin, denken Sie bitte daran, bei der Frage Wohin steht der Akkusativ. Aber nicht nach der Präposition zu. Nach der Präposition zu steht immer der Dativ. Ich gehe jetzt zum Marktplatz. Wohin gehst du jetzt? Ich gehe jetzt zum Marktplatz. Maria fährt mit der Straßenbahn zum Bahnhof. Wohin fährt Maria mit der Straßenbahn? Maria fährt zum Bahnhof. Die Touristen fahren mit der S-Bahn zum Flughafen. Wohin fahren die Touristen mit der S-Bahn? Sie fahren mit der S-Bahn zum Flughafen. Die Straßenbahn fährt zum Europaplatz. Wohin fährt die Straßenbahn? Sie fährt zum Europaplatz. Ah, okay. Der Bus mit den Fußballfans fährt zum Stadion. Wohin fährt der Bus mit den Fußballfans? Der Bus mit den Fußballfans fährt zum Stadion. Mein Sohn ist sechs Jahre alt. Er geht schon zur Schule. Wohin geht dein Sohn? Er geht schon zur Schule. Ah.